Nach fast 200 Pflichtspielen für die Admirer wechselt der oftmalige Kapitän und Defensive Allrounder Thomas Ebner von der Südstadt nach Wien Favoriten. Der 26-jährige gilt als harter Arbeiter. Sein Kontrakt läuft vorerst für drei Jahre. Auster ist ein Top-Verein. Es ist eigentlich immer schon auch ein Wunschverein von mir gewesen. Umso schön ist, dass ich jetzt hier sein kann. Und ja, wie gesagt, ich freue mich schon am Platz zu stehen und für die Auster zu spielen. Der Thomas ist ein Spieler, der universell einsetzbar ist. Das brauchen wir. Wir brauchen auch den Thomas, weil ich weiß, seine Art und Weise, Fußball zu spielen bzw. Fußball zu leben, ist wichtig für unsere Mannschaft. Er hat ein riesen Herz, ist eine Kämpfer Natur, wenn man so sagen kann, und will immer gewinnen. Und ich bin überzeugt davon, dass er diesen Sprung auch schaffen wird, von Admira aus der Wien und auch für uns ein wichtiger Spieler sein wird, so wie er es war für die Admira. Ja, das ist mal großartig. Ich bin froh, dass ich jetzt da sein kann. Das ist für mich der nächste Schritt. Und ich freue mich schon auf die Spiele. Ich freue mich auf den Verein. Ich freue mich auf die Fans. Schön, dass ich da sein kann. Wie du richtig sagst, er kann mehrere Positionen spielen. Er kann links und rechts Außenverteidiger spielen. Er kann auf der Nummer 6 sein und sogar auch Innenverteidiger. Also viele Möglichkeiten. Und er wird sich durchbeißen. Also ich muss sagen, die Gespräche waren eben sehr überzeugend. Das war für mich auch ein wichtiger Grund, dass ich mich eben dazu entscheiden könnte oder leicht entscheiden konnte. Vom Stadion her, vom Umfeld, muss man sagen, das ist eigentlich unglaublich. Es ist schon große Klasse. Und ja, jetzt heißt es aber auch, nicht nur das Stadion oder das Umfeld genießen, sondern die Spiele am Platz, dass wir das zeigen, dass wir die Fans mitreißen können. Und ich glaube, dann können wir gemeinsam eine super Saison feiern. Und ich hoffe, dann schau.